Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Wolfgang! Wolfgang Job, eine wahre Ikone der deutschen Mode, feiert dieses Jahr seinen 80. Geburtstag. Seine Karriere ist ein leuchtendes Beispiel für Kreativität und Innovation. Geboren am 18. November 1944 war sein Leben eine schillernde Reise durch die Welten von Design, Kunst und Stil. Schon in jungen Jahren zeigte er ein außergewöhnliches Talent für Mode und Kunst. Von seinen Anfängen in Potsdam bis zu seinem globalen Modeimperium hat Job die Branche nachhaltig geprägt. Seine Designs sind bekannt für ihre Eleganz und Raffinesse und er hat unzählige Auszeichnungen für seine Arbeit erhalten. Jobs Einfluss reicht weit über die Mode hinaus und umfasst Kunst, Design und sogar Fernsehen. Er hat in verschiedenen Medien gearbeitet und seine kreative Vision in vielen Bereichen umgesetzt. Er ist ein echter Tausendsasser, der ständig neue kreative Wege beschreitet. Seine Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden, hat ihn zu einer dauerhaften Figur in der Welt der Mode und Kunst gemacht. Anlässlich seines 80. Geburtstags blicken wir zurück auf sein unglaubliches Leben und seine Karriere. Von seinen frühen Tagen als aufstrebender Designer bis hin zu seiner heutigen Rolle als Mentor und Ikone. Seine Geschichte ist eine Geschichte von Leidenschaft, Hingabe und einem unerschütterlichen Engagement für Schönheit in all ihren Formen. Job hat immer daran geglaubt, dass Kunst und Mode die Kraft haben, die Welt zu verändern. Jobs Reise dient aufstrebenden Designern und Künstlern auf der ganzen Welt als Inspiration. Sein Vermächtnis wird noch viele Generationen beeinflussen und inspirieren. Wolfgang Jobs Geschichte beginnt in Potsdam, Deutschland, einer Stadt, die für ihre prächtigen Schlösser und Gärten bekannt ist. Geboren im Jahr 1944 wuchs er umgeben von der reichen Geschichte und dem kulturellen Erbe der Stadt auf. Potsdam, mit seiner Mischung aus preußischer Pracht und künstlerischer Atmosphäre, bot eine inspirierende Kulisse für seine Kindheit. Diese Umgebung spielte eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung seiner künstlerischen Sensibilität. Die majestätischen Gebäude und die kunstvollen Details der Stadt weckten früh sein Interesse an Design und Ästhetik. Seine Kindheit war geprägt von Kreativität und Widerstandsfähigkeit. Trotz der Herausforderungen der Nachkriegszeit fand er Trost und Ausdruck in der Kunst. Jobs Familie durchlebte die Härten des Nachkriegsdeutschlands, aber sie förderte auch seine Liebe zur Kunst und zum Design. Die schwierigen Zeiten stärkten seinen Charakter und seine Entschlossenheit, seine Träume zu verfolgen. Er verbrachte unzählige Stunden mit Zeichnen, Malen und dem Erkunden verschiedener kreativer Möglichkeiten. Diese Aktivitäten waren nicht nur ein Zeitvertreib, sondern auch ein Ventil für seine Emotionen und seine Vorstellungskraft. Diese frühe Leidenschaft für die Kunst veranlasste ihn, eine formelle Ausbildung zu absolvieren. Er erkannte, dass er seine Fähigkeiten weiterentwickeln musste, um seine Visionen zu verwirklichen. Job studierte Design, verfeinerte seine Fähigkeiten und entwickelte seine einzigartige Ästhetik. Seine Ausbildung ermöglichte es ihm, seine kreativen Ideen in die Realität umzusetzen und seinen eigenen Stil zu finden. Diese prägenden Jahre in Potsdam legten den Grundstein für seinen späteren Erfolg in der Welt der Mode. Die Einflüsse seiner Heimatstadt sind in vielen seiner Werke deutlich zu erkennen und sie bleiben ein wesentlicher Bestandteil seiner künstlerischen Identität. In den 90er Jahren erreichte Wolfgang Job den Höhepunkt seiner Karriere. Seine Modemarke, Job, wurde zum Synonym für Luxus und Raffinesse. Job's Designs waren mutig, elegant und unverkennbar. Seine Kreationen zierten die Seiten der Top-Modemagazine und wurden von Prominenten und Modebegeisterten gleichermaßen begehrt. Job's unverwechselbarer Stil, eine Mischung aus klassischer Schneiderei und moderner Sensibilität, zog die Welt in seinen Bann. Er wurde zu einer globalen Modeikone, die deutsches Design auf internationaler Bühne repräsentierte. Job's Erfolg in dieser Zeit festigte seinen Status als einer der einflussreichsten Designer seiner Generation. Über sein eigenes Modeimperium hinaus wurde Wolfgang Job durch seine Rolle als Juror in der beliebten Fernsehsendung Germany's Next Topmodel zu einem bekannten Namen in Deutschland. Seine Präsenz in der Show brachte ihm nicht nur Anerkennung, sondern auch eine neue Plattform, um seine Leidenschaft für Mode zu teilen. Sein scharfer Verstand, sein scharfes Auge für Talente und seine ehrlichen Kritiken machten ihn zu einer beliebten Figur in der Show. Job war bekannt für seine Fähigkeit, das Potenzial in den Teilnehmern zu erkennen und ihnen konstruktives Feedback zu geben, das ihnen half, sich zu verbessern. Job's Präsenz in der Show gab aufstrebenden Models unschätzbare Einblicke in die Welt der Mode. Er teilte nicht nur seine Expertise, sondern auch seine persönlichen Erfahrungen, die den Teilnehmern halfen, die Herausforderungen und Möglichkeiten der Modebranche besser zu verstehen. Er betreute unzählige junge Talente und teilte sein Wissen und seine Erfahrung, um ihnen zu helfen, sich in der Branche zurechtzufinden. Job war mehr als nur ein Juror. Er war ein Mentor, der die Karrieren vieler junger Models beeinflusste und ihnen half, ihre Träume zu verwirklichen. Seine Zeit bei Germany's Next Topmodel festigte seinen Einfluss und seine Reichweite und machte ihn in einer neuen Generation von Modebegeisterten bekannt. Durch seine Auftritte in der Show konnte er seine Marke weiter stärken und seine Vision von Mode einem breiteren Publikum präsentieren. Job's Fähigkeit, sowohl auf dem Laufsteg als auch abseits davon mit dem Publikum in Kontakt zu treten, zeugt von seinem Charisma und seiner echten Leidenschaft für sein Handwerk. Seine Interaktionen mit den Fans und seine Auftritte bei Modeveranstaltungen unterstreichen seine Bedeutung in der Modewelt und seine Fähigkeit, Menschen zu inspirieren und zu begeistern. Kapitel 5 Familienmensch und Partner Während Wolfgang Jobs Berufsleben von Glamour und Erfolg geprägt war, spielt sein Privatleben eine ebenso wichtige Rolle. Job ist ein hingebungsvoller Vater und Großvater, der die Zeit mit seiner Familie genießt. Auch in seinem langjährigen Partner hat er Liebe und Kameradschaft gefunden. Ihre Beziehung zeugt von Jobs Fähigkeit zu Liebe und Engagement abseits des Rampenlichts. Jobs Fähigkeit, seine anspruchsvolle Karriere mit seinem Privatleben in Einklang zu bringen, zeigt seine Bodenständigkeit. Er schätzt die Bedeutung von Familie und engen Beziehungen und findet in beiden Aspekten seines Lebens Freude und Erfüllung. Kapitel 6 Kunst und Design jenseits der Mode Wolfgang Jobs kreativer Geist reicht weit über den Bereich der Mode hinaus. Er ist ein talentierter Künstler und Designer mit einem vielfältigen Portfolio, das Gemälde, Skulpturen und Innenarchitekturprojekte umfasst. Jobs Kunstwerke wurden in Galerien und Museen weltweit ausgestellt und brachten ihm Anerkennung bei Kritikern ein. Seine Stücke spiegeln oft seine Liebe zu Farbe, Form und Textur wieder und zeigen eine andere Facette seines kreativen Genies. Seine Innenarchitektur ist ebenso beeindruckend und zeichnet sich durch eine raffinierte und dennoch verspielte Ästhetik aus. Jobs Fähigkeit, nahtlos zwischen verschiedenen kreativen Disziplinen zu wechseln, unterstreicht seine Vielseitigkeit und grenzenlose Fantasie. Kapitel 7 Nachhaltiger Stil mit Wunderkind In den letzten Jahren hat Wolfgang Job seine Aufmerksamkeit auf die Zukunft der Mode gerichtet und sich Nachhaltigkeit und ethischen Praktiken verschrieben. Seine Marke Wunderkind verkörpert dieses Engagement und konzentriert sich auf hochwertige, zeitlose Stücke, die aus umweltbewussten Materialien gefertigt werden. Jobs Engagement für Nachhaltigkeit spiegelt sein Bewusstsein für die Auswirkungen der Modebranche auf die Umwelt wider. Er glaubt daran, Kleidung zu kreieren, die schön und verantwortungsbewusst ist, um eine bessere Zukunft für kommende Generationen zu gewährleisten. Wunderkind repräsentiert Jobs Vision für eine ethischere und nachhaltigere Modeindustrie. Sein Engagement für diese Werte ist ein Vorbild für andere Designer und Konsumenten gleichermaßen. Kapitel 8 Jung mit 80 Wolfgang Job zeigt auch an seinem 80. Geburtstag keine Anzeichen von Müdigkeit. Er engagiert sich weiterhin aktiv in der Modewelt, betreut junge Designer und teilt sein Wissen und seine Erfahrung. Job begegnet dem Älterwerden mit Anmut und Humor und betrachtet es nicht als Ende, sondern als ein neues Kapitel voller Möglichkeiten. Er erkundet weiterhin neue kreative Wege und ist immer bestrebt zu lernen und zu wachsen. Seine Leidenschaft für Mode, Kunst und Design ist ungebrochen und inspiriert seine Umgebung. Jobs ungebrochene Energie und sein Enthusiasmus zeugen von seinem jugendlichen Geist und seiner unerschütterlichen Lebensfreude. Kapitel 9 Das Vermächtnis einer Modeikone Wolfgang Jobs Vermächtnis in der Modewelt ist unbestreitbar. Er hat die Branche nachhaltig geprägt und Generationen von Designern mit seinen innovativen Designs und seinem unerschütterlichen Engagement für Stil beeinflusst. Seine Kreationen inspirieren weiterhin und verkörpern eine zeitlose Eleganz, die Trends überdauert. Der Name Job ist zum Synonym für deutsche Modeexzellenz geworden und steht für eine einzigartige Mischung aus Raffinesse, Modernität und Kunstfertigkeit. Über seine Designs hinaus liegt Jobs Vermächtnis in seiner Fähigkeit zu inspirieren. Er hat der Welt gezeigt, dass Mode eine kraftvolle Form des Selbstausdrucks, eine Feier der Schönheit und eine Kraft für positive Veränderungen ist.